also dass eben der Crazy Boy war Alexandro Markus Pena aus meiner Klasse in Rheimbölln und ja hoffentlich kriegen wir dafür viele Aufrufe und vielleicht sogar ein paar Abonnenten und er ist auf jeden Fall und da ist der Spacko wieder ähm und ja wir hoffen dass wir dafür ein paar Aufrufe kriegen auf meinem Kanal und ich bin gleich fertig und ja und das